Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Beitrag über die photothermische Schichtdickenmessung zur schnellen und flexiblen Kontrolle der Schichtdicke direkt im Beschichtungsprozess mit Hilfe von mobiler Messtechnik. Mein Name ist Sascha Schmidt und ich bin seit dem Jahr 2020 verantwortlich im Vertrieb für die mobilen Messgeräte bei der Firma OptiSense. Die Firma OptiSense ist seit annähernd 30 Jahren Hersteller und Entwickler von photothermischen Schichtdickenmesssystemen anfänglich als reines Online-Prozessmessverfahren für die Industrie entwickelt. Bieten wir oder boten wir auch einige Jahre später Labormessgeräte an und dann war der Weg auch nicht mehr weit für ein mobiles Messgerät, um die Vorteile der photothermischen Schichtdickenmessung auch ortsunabhängig zur Verfügung zu haben, so wie wir das heute ein wenig beschreiben werden, direkt in einem Beschichtungsprozess. Kurz ein paar Worte zur Technologie selber. Die photothermische Schichtdickenmessung ist ein berührungsloses und zerstörungsfreies Verfahren, um Lacke, Pulverlacke oder Glasuren auf metallischen und nichtmetallischen Untergründen zu messen. Dabei werden die unterschiedlichen thermischen Eigenschaften von Beschichtung und Substrat genutzt, um eine Schichtdicke zu bestimmen. Die Oberfläche wird mittels eines kurzen und intensiven Lichtimpuls erwärmt um einige Grad und kühlt anschließend durch Ableitung der Wärme in tiefere Bereiche wieder ab. Dabei sinkt die Temperatur umso schneller, je dünner die Beschichtung ist. Mit Hilfe eines Infrarotsensors wird der Temperaturverlauf aufgezeichnet und die Schichtdicke kann bestimmt werden. Der Lichtimpuls kann dabei auf verschiedenen Art und Weisen erzeugt werden. Gegenüber klassischen Xenon-Blitzlampen haben wir hier alle Vorteile der Halbleitertechnik auf unserer Seite, hohe Effizienz und eine lange Lebensdauer sowie absolute Vibrationsfestigkeit. Die Handhabung und Anwendung der Geräte kann übrigens aufgrund der LARIS-Technologie ohne dokumentationspflichtige Ein- und Unterweisung der Anwender erfolgen. Das System ist augensicher und die Gefahr, dass die Brandmeldeanlage ausgelöst wird, ist hierbei auch nicht gegeben. Da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Die Technologie bietet sehr viele Anwendungsbereiche. Sie können den klassischen Beschichtung einer organischen Beschichtung auf Stahl, Aluminium oder auch Verzinkenstahl messen. Es sind aber auch andere Materialkombinationen möglich, wie zum Beispiel eine Beschichtung auf Gummi, auf Holz, auf Keramik, auf Glas oder Kunststoff. Wenn Sie also noch auf der Suche sind nach einer Möglichkeit, Ihre ganz spezielle Anwendung berührungslos und zerstörungsfrei messen zu können, sprechen Sie uns an. Wir haben in diesem Bereich schon sehr, sehr viele Projekte erfolgreich umgesetzt. Die Vorteile der photothermischen Schichtdickungmessung ist, wie bereits gesagt, es ist ein sehr schnelles, ein berührungsloses und ein zerstörungsfreies Verfahren. Darüber hinaus ist es sehr von Vorteil, dass es sich um ein geometrieunabhängiges Verfahren handelt. Das heißt, Sie können auf Ecken, auf Kanten und auf Rundungen messen. Und ein weiterer Vorteil ist, dass Sie auch auf sehr, sehr kleinen Oberflächen messen können. Heute in unserem Beitrag möchten wir uns mal gezielt auf den Beschichtungsprozess konzentrieren. Und exemplarisch hierfür habe ich mir den Pulverbeschichter ausgesucht. Der Pulverbeschichter muss, natürlich wie alle anderen Beschichter auch, die Lackschichtdicke so gut wie möglich einhalten, damit Eigenschaften wie Farbe, Glanz oder andere Eigenschaften des Lackes auch eingehalten werden können. Er möchte Über- oder Unterbeschichtung vermeiden, um damit nacharbeiten oder gegebenenfalls auch Ausschuss zu vermeiden. In der Regel ist es aber so, dass der Pulverbeschichter erst die Schichtdicke kontrollieren kann, wenn das Material bereits thermisch vernetzt ist. Dann wird mit handelsüblichen Schichtdickenmessgeräten nach dem Einbrennofen die Schichtdicke bestimmt. Wenn er hier allerdings feststellt, dass das Material tendenziell nicht gut beschichtet ist, also eine Über- oder Unterbeschichtung aufweist, ist alles, was sich gerade auch aktuell schon im Prozess befindet, ebenfalls fehlerhaft und schlecht beschichtet. Hier ist es natürlich für den Beschichter interessant, so schnell wie möglich in den Prozess einzugreifen und früher die Schichtdicke zu bestimmen. Und hier kommen wir mit unserem mobilen Messgerät über das photothermische Schichtdickenmessverfahren zum Einsatz. Der Beschichter hat nun die Möglichkeit, nach dem Farb- und Materialwechsel das Teil, was aus der Pulverkabine kommt, das erste Teil, was beschichtet worden ist, direkt mittels des mobilen Handmessgerätes zu vermessen und die Schichtdicke zu bestimmen. Er kann mit dem Messgerät, welches einen sehr leichten Sensor hat, direkt an das Material herantreten. Er bekommt mit Hilfe eines Positionierungslichtes die Möglichkeit, ganz gezielt auf die Oberfläche zu gehen und dort genau exakt an den wichtigen und kritischen Stellen punktuell die Schichtdicke zu messen. Die Messung an sich dauert nur eine Sekunde. Sie haben also in kürzester Zeit die Möglichkeit, mehrere Messungen durchzuführen und bekommen so eine sehr gute Übersicht über die Schichtdickenverteilung auf Ihrem Material und müssen nicht warten, bis das Material bereits eingebrannt ist. Wenn Sie also jetzt feststellen, dass das Material über- oder unterbeschichtet ist oder nicht die korrekte Schichtdicke, wie das der Beschichter wünscht hat, gibt es jetzt die Möglichkeit, direkt in den Prozess einzugreifen, die Anlage nochmal zu korrigieren, nach oben oder nach unten, je nachdem, ob ich eine Über- oder Unterbeschichtung habe und erspare mir so im Endeffekt, Nacharbeiten und Ausschuss zu produzieren. Ich habe also die Schichtdicke direkt besser im Griff. Wichtig hierbei ist auch zu wissen, dass die Messergebnisse, die das Messgerät auch anzeigt während der Messung der Pulverschichtdicke, die Schichtdicke darstellt, die auch nach dem Einbrennen auf dem Material vorhanden sein wird. Das heißt, die Schrumpfung des Pulvers ist in den Messwerten mit einkalkuliert. Des Weiteren ist es sehr angenehm für den Pulverbeschichter, dass das Gerät mit einer einzigen Kalibrierung bzw. Einstellung arbeitet. Hiermit lassen sich über 90% aller Pulversorten problemlos messen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein Polyester oder ein Epoxypulver handelt. Ob es ein Strukturpulver ist, ob es eine weiße Farbe ist oder ob es eine schwarze Farbe oder eine rote Farbe ist. Das spielt alles keine Rolle, da das Material thermisch sehr, sehr ähnlich ist und alles mit einer Einstellung gemessen werden kann. Über 90% der Pulversorten sind mit einer Einstellung messbar. Und wir reden dann hier von Messtoleranzen, die sich in dem Bereich bewegen von 2 bis 5 Mikrometer. Gegenüber einem Referenzverfahren zum Beispiel, wenn Sie im Nachhinein mit einer Wirbelstrommaschine oder einem magnetintutiven schichtdicke Messgerät die Schichtdicke nach dem Einbrennen nochmal gegenmessen. Sollten Sie dann aber doch mal einen Pulver mit dabei haben, was in meiner Praxis tatsächlich in den letzten zwei Jahren lediglich einmal vorkam, das außerhalb der gewünschten Toleranz liegt, haben Sie immer die Möglichkeit nochmal zu reagieren und an dem Gerät eine separate Einstellung für dieses Pulver vorzunehmen. Das System arbeitet nebenbei gesagt vollkommen offline. Sie brauchen keine Netzwerkverbindung und eine Software ist selbstredend auch für die Datenauswertung mit dabei. Einen kleinen Punkt möchte ich noch kurz erwähnen. Sie haben nicht nur die Möglichkeit, das Pulver vor dem Einbrennen zu messen, sondern Sie können mit einer anderen Einstellung im Gerät auch den Lack messen, wenn er bereits eingebrannt ist. Auch hier haben Sie die Vorteile der Geometrieunabhängigkeit auf Ihrer Seite. Wenn Sie zum Beispiel an eine Aluminiumfelge denken, dort ist es mitunter sehr, sehr schwierig, eine gute Fläche zu finden, um mit einem handelsüblichen Schichtdickenmessgerät eine Schichtdicke zu bestimmen. Auch hier haben wir Sie die Vorteile des photothermischen Verfahrens auf Ihrer Seite und nutzen Sie dies. Ich hoffe, ich konnte Ihnen heute ein wenig zeigen, wie gut und wie sinnvoll es ist, heute schon moderne Messtechnik zur Schichtdickenmessung einzusetzen, um Ihre Prozesse besser unter Kontrolle zu bekommen, um eine höhere Qualität zu erzielen, um weniger Ausschuss zu produzieren und gegebenenfalls auch Pulver einzusparen, was am Ende des Tages Ihnen auch Geld spart. Zu guter Letzt möchte ich Sie auch gerne nochmal auf unsere Homepage verweisen. Dort stehen auch viele weitere Informationen für Sie zur Verfügung. Abonnieren Sie auch gerne unseren Newsletter oder folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie up-to-date. Ich kann Ihnen versprechen, dass wir in näherer und in fernerer Zukunft immer wieder neue, interessante Weiterentwicklungen und Neuentwicklungen auf diesem Gebiet haben werden. Und die Photothermie, das wird die Technologie der Zukunft sein. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017